Hey, 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 wie geht's, wie geht's, gut, muss, ja, verrückte Zeit hier, diese Corona-Zeit, Corona, ne, ja, krass, ja, 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 ich glaube, wenig Verkehr, ja, auch wenig Flugzeuge am Himmel und, wie geht's, wie geht's, wie geht's der Familie, ja, gut, 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 alle, alle, ja, na ja, gut, ja, dann du, man hört sich, oder? Man sieht sich, ja, gut, grüßt die, grüßt die, grüßt, ja, grüßt zu Hause, ne? Gut, ja, tschau, tschüss, tschüss, war schön, cool, dich zu sprechen, tschau, Ja, ciao. Mach's gut. Du hast ja, wir trinken mal ein Bier zusammen. Du hast ja mal ein Bier gemacht. Ja, und wir lassen uns auf jeden Fall mal treffen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Alles klar. Ciao. Ciao. Oh Gott. So läuft er. So läuft er. Der fiese, kleine, miese Smalltalk. Herzlich, herzlichst willkommen bei Folge 33, eine Schnapszahl mit Birte Hanusrichter und August Wittgenberg. Birte Hanusrichter. Ich wusste nicht, dass ich dran bin. Ich war kurz eingeschlafen, hier am anderen Ende. Sag ich? Sag ich es? Du sagst. Du sagst. Ich sag's nicht. Wenn ich es nicht sage, ist die Spannung noch länger. Sag es jetzt. Aber wenn ich es dann nicht sage, ist die Spannung noch länger. Sag es jetzt. Sag es jetzt. Wir befassen uns oder ich, mir ist aufgefallen, eine Sache in dieser Corona-Zeit, abgesehen davon, dass ich fast jeden Pin von meinen EC-Karten vergessen habe, weil man so wenig bezahlen muss zurzeit. Ist mir aufgefallen, dass ich, ich war jetzt letzte Woche zum ersten Mal oder zum, ja, zum ersten Mal seit langem so wieder so ein bisschen unter ein paar mehr Menschen, die ich nicht so gut kannte und ich habe gemerkt, dass man so ein bisschen eingerostet ist, was so Konversationen angeht und ich habe auch gemerkt, dass der Smalltalk sich selbst so, also der Smalltalk selbst sich allgemein ein bisschen verändert hat, weil es man jetzt halt viel hört, na, dieses verflixte Corona, was? und man man quasi das eine Thema dann immer so beplaudert und ja, deswegen ist mir, wir haben, du hast ja mal vor ein paar Folgen gesagt, dass du das, dass du findest, dass ich so so Smalltalk-Skills habe, aber Du bist MC Smalltalk MC Smalltalk und deswegen dachte ich, wäre vielleicht ein ganz interessantes Thema einmal so ein bisschen das anzuschneiden, was Smalltalk eigentlich bedeutet, was wir, warum wir es machen, wie es verläuft und und was man vielleicht stattdessen machen könnte. Ach, das ist ja spannend, aber August, was haben wir über Smalltalk? Das ist lustig, das wollte ich nicht gerade sagen. Wir haben über Smalltalk, also es ist halt ein, das ist halt ein Alltagsgespräch, in verschiedenen Situationen kommt es zustande, ist halt so ein Geplänkel, ein kleiner Plausch. Man kann vielleicht sagen, es ist eine höfliche Kompensation über unwichtige Dinge und es ist ein, in unserer Gesellschaft ein ein Bonding-Ritual, kann man es vielleicht nennen. Es ist quasi sowas wie den anderen anlächeln oder was man ja jetzt nicht mehr tut, aber was man ja damals früher in früheren vorsintflutlichen Zeiten, als man sich die Hand gegeben hat, um sich zu signalisieren, ich habe keine Waffe in der Hand, es passiert nichts. So ein bisschen so ist Smalltalk, oder? Genau, genau. Und das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil viel hat mit Angst zu tun. Es ist anscheinend wirklich so, dass der Mensch evolutionär Riesenangst hat vor Stille und Schweigsamkeit, weil das immer ein Zeichen von Gefahr war früher. Also wenn man der gleichen Spezien begegnet und es ist komplette Stille, dass man die Spannung quasi mit einem Messer schneiden kann, dann heißt es eigentlich, Gefahr ist imminent. Und deswegen versucht man so locker ins Platon zu kommen. Was man ja verstehen kann, wenn ich jetzt einem bewaffneten Räuber begegnen würde, der mich ausrauben will, würde ich auch so erstmal, und ich fühle mich bedroht, würde ich vielleicht erstmal so, hey, na, hey, alles gut, mach. Oh Mensch, du siehst aber böse aus, geht's dir nicht so gut, bist du erkältet? Mensch, ich geh mal weiter, ne, das macht dir ja bestimmt nichts aus. Tschüss, ciao, 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 genau. Und also das gibt's, man macht es ja auch einfach, um einzuschätzen, wie der andere, wie der andere so ist. Und es gibt es, den Smalltalk gibt's am Anfang eines Gesprächs, aber auch am Ende eines Gesprächs, um die Trennung abzumildern. Ach krass. Also das ist quasi, dass man sich nicht so fühlt, als wäre man jetzt unworthy oder not worthy, sondern man hat das Gefühl, so ja, der mochte mich auch und jetzt gehe ich so langsam weg. Also das ist die Trennung der Begegnung abfedert. Und es gibt aber auch den Smalltalk, der als Lückenfüller dient. Und das kann man sich so vorstellen, zum Beispiel jetzt brandaktuell mit diesen Zoom-Konferenzen. Zwei Kollegen schalten sich in eine Zoom-Konferenz ein und warten aber noch auf einen dritten und dann, die kennen sich aber nicht so gut. Grauenhaft, grauenhaft. Ja. Oh Gott, ja. Bisschen labern, bis es dann wirklich losgeht. Alter. Und dann so die klassischen, wie war dein Wochenende? Ja, wie geht's den Kindern? Und dann ist es sehr, sehr wichtig, nicht zu detailliert zu antworten, wenn man zum Beispiel die Frage kriegt, wie geht's? Weil will ja keiner hören, was du für Krankheiten und andere Dinge hast, die du gerade bewältigen musst. Ja, schlecht, schlecht. Ich hab wahnsinnige Schmerzen am Anus. Genau, genau. Und was ich sehr lustig finde, ist, dass das Wort na im Deutschen so... Das Wort na wird von meiner Familie ohne Scheiß schon immer, das gibt's schon von... Meine Oma Annemarie hat das damals erfunden, glaube ich. In meiner Familie wird das Wort na für alles gebraucht, vor allem in Telefonaten. Also ich geh ans Telefon und ruf meine Mutter an und das erste, was kommt, ist na? Ja, genau. Ich weiß, du machst das auch manchmal. Ja, ich mach das immer, 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 immer. Ich lieb das nicht. Ich hab das einfach... Ich wurde trainiert wie ein Idiot immer auf dieses na. Und na bedeutet, na, wie geht's? Na, was hast du heute gemacht? Na, hast du irgendwas gemacht, was du mir vielleicht nicht erzählen willst? Na, alles, alles. Na bedeutet alles. Du sagst es aber auch manchmal ohne irgendwas folgen zu lassen. Du sagst mal, na. Ja, genau. Ja, ja. Das ist so, was hast du für guten Gossip am Start oder so? Was hast du, das ist so unter, unter, also quasi unterbewusst vermittelst du da eine, ich möchte jetzt irgendwie was hören, was juicy ist. Na ist einfach wie so, wie so ein klein, ich könnte dir auch, theoretisch wärst du es selber, als wenn ich dir kurz so in die Seite knuffe. Genau, genau. So ist na. Das ist so ein kleiner Schubser. Genau. Es spielt ja wirklich den Ball in die Hälfte des Gegenübers. Muss ja wirklich, da muss der andere mit was kommen. Also da ist quasi dein Teil. Mein Teil ist dann vorbei, aber außer in meiner Familie, weil da sind die Gespräche so. Na, 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 und der, der als Erster aufgibt, der muss dann erzählen. Ja. Naja, jedenfalls machen wir Smalltalk, um so ein bisschen zu signalisieren, ich bin okay, bist du okay? Aber dadurch, dass es alles so krampfhaft und nervös ist, wird der Smalltalk oft hysterisch. Da hat irgendwie, da hört man nicht wirklich zu und man lacht dann laut über Sachen, die eigentlich gar nicht als Witz gemeint waren. und eigentlich ist der Smalltalk ja total kontraproduktiv, wenn man jemanden wirklich kennenlernen will, weil dann müsste man ja auf andere Methoden eigentlich zurückgreifen. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt ein paar, es gibt vier, ich habe mal den Smalltalk aufgedeckt, in vier Phasen des Smalltalks. Die erste Phase ist, wenn man sich sieht auf Abstand, also bevor man sich quasi gegenübersteht, sieht man jemanden schon von, keine Ahnung, ein paar Metern oder 30 Metern oder was auch immer und dann nickt man mit dem Kopf oder zeigt auf den und winkt so ein bisschen so, hey, ja, und man denkt dabei so, scheiße, jetzt gleich Smalltalk. Jetzt wird es anstrengend. Genau, genau. Und dann nimmt man diese, gibt man diese letzten Schritte auf die Person zu und weiß schon so, macht vielleicht so ein Ah. Und ist schon krampfhaft bei, wie heißt die nochmal, wie heißt die nochmal? Das auch, kenne ich die nochmal, kenne ich die irgendwie oder nicht? Und dann führt es zu der zweiten Phase, der, die begrünt, also die erste Begrüßung und da weiß man ja jetzt, heute ist es ja sehr interessant, weil weißt du jetzt, Hand darf ich nicht schütteln, umarmen, mache ich auch nicht und Küsschen geben sowieso nicht, High Five, dann macht man halt diesen Ellbogen, wenn man wirklich risikoaffin ist. Oder Fuß, Fuß ist jetzt neu. Genau, und da beschreibt man auch gerne die Situation, also man spricht es laut aus, ja, wir dürfen ja jetzt nicht, oder wir, ja, ist jetzt komisch, es ist total, wir dürfen ja nicht uns umarmen. Oder man umarmt so die Luft vor sich, das habe ich jetzt auch schon oft erlebt, wenn das Leute dann so, so quasi, wie heißt das nochmal? Air Hugging. Ja genau, Air Hugging ist gut, also pantomimisch knuddeln und dich dann so ganz, manche knuddeln dich dann so ganz doll und halten dich so ganz lange fest und kneifen so die Augen zusammen, weißt du so, das finde ich sehr sympathisch. Und manche machen nur das so mit den Armen oder manche machen dann direkt so in die Luft, es ist alles völlig verrückt. Aber es ist auch ganz praktisch, weil da bildest du sofort so einen Kreis vor dir, was ja auch als Abstandsbarriere ganz gut funktioniert. Das ist ja so, wenn du so ein Kreis bildest mit einer Umarmung bildest, mit deinen Armen hast du ja fast einen Meter Abstand auf jeden, der da... Ja du mit deinen Armen, ich habe so 30 Zentimeter Abstand. Das ist ja wieder die zweite Phase, wo man dann quasi die Begrüßung und dann sagt man auch oft so Sachen, wir kennen uns nicht, oder? Und dann kommt die dritte Phase, das ist der, wenn ich den gemeinsamen Nenner finde. Und dann kommen diese klassischen Fragen wie über das Wetter reden, also oder ja, über den Verkehr oder jetzt geht die Bundesliga wieder los. Sport ist ein beliebtes Smalltalk-Thema. Und dann die vierte Phase ist dann der eigentliche Smalltalk. Und da ist es dann, es geht dann meistens so schnell hin und her, das ist wie ein Feuerschusswechsel zwischen zwei Personen, wo man einfach versucht, das Unbehagen schnell nach unten zu drücken und jeder muss beweisen, dass man lustig ist und dass einem nicht unwohl ist und man vergisst dann, Follower-Abfragen zu stellen und ungefähr so, wie wenn ich mit dir podcaste. Weißt du was, darf ich was reingrätschen oder ist schlecht? Ja klar. Was mir auffällt bei Säu, weil du gerade gesagt hast, man vergisst dann, Nachfragen zu stellen, und so, ne? Du wirst übrigens wieder so einen Shitstorm kriegen, weil du schon 80 Amerikanismen benutzt hast. Aber von mir aus, Hase, feel free. Shitstorm ist ja kein Amerikanismus. Nein, feel free auch nicht. Schaum geboren. Das ist ein Podcast, das machen zwei bekloppte Leute aus Deutschland. Das ist dreifaches Glück. Das ist besser als doppeltes Glück. Und doppeltes Glück mal zwei ist vier, weil vierfaches Glück ist schön, wenn man die vier Bier trinkt und mit den vielen Hopfen, ist es fast wie ein Quadruppel, was wir immer noch nicht hatten. Es ist viel zu viel Glück für uns. Das haben wir gar nicht verdient. Das stimmt. Aber mir ist es neulich an mir selbst aufgefallen, dass ich, ich habe ja erzählt, ich war beim Dreh und da bin ich ja die ganze Zeit, da habe ich ja gesagt, das ist dann so, ich war so nervös wegen hier Corona, Maske auf, Maske Dings, wie geht das alles und so. Und da war so enorm Smalltalk angesagt natürlich. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wenn die andere, immer dann, wenn die andere Person angefangen hat, zu sprechen oder Fragen zu stellen, hey, wie geht's? Und bist du noch viele Tage hier? Und wie machst du es dann zu Hause? Hältst du Abstand oder nicht? Und so. Habe ich nur die Fragen beantwortet und zwar so locker flockig wie möglich. Und dann ist die andere Person irgendwann einfach wieder gegangen und dann dachte ich so, das ist ja spannend. Ich habe überhaupt nicht zurückgefragt, wie geht's dir? Wie viele Drehtage hast du noch? Wie fühlt sich das für dich an? Also es war einfach ein Nullgespräch in zwei Richtungen und jetzt gar nicht, weil es mich nicht interessiert hätte, sondern weil es einfach gar nicht, ich war gar nicht gebeten dazu. Weißt du, es war wirklich so ganz klar, es ist eigentlich nur kurz so ein Wie verhältst du dich jetzt? Ach so, alles klar. Tschüss. Weg. Und dann dachte ich, das ist ja irgendwie eine Scheiße. Man will vielleicht gar nicht in so einen Smalltalk verfallen, weil man nicht will, dass der andere einen zu viel anatmet. Anhustet. Anatmet mit seinen Wörtern oder ihren Wörtern. Ja, aber es stimmt, du kannst natürlich so einen Smalltalk ziemlich schnell killen, indem du einfach nicht Gegenfragen stellst. Aber das ist natürlich auch ein bisschen, bist du gleich unhöflich. Was ich auch schwierig finde, ist wenn du, was ja ganz oft gemacht wird im Smalltalk ist sofort fragen, was machst du? Und ich weiß auch, die Frage habe ich so sehr gehasst, als ich so in den Schauspieler anfangen war, weil man sagt dann ja, ich bin Schauspieler, aha, und was drehst du? Ich mache gerade einen ganz spannenden Studentenfilm, ist ganz super, also es ist wahnsinnig spannend. Genau. Und das ist dann halt sofort, deswegen ist es schade, nach dem Beruf zu fragen einer Person, weil das sofort ein Gefälle in die Unterhaltung bringt. Ich weiß noch, dass mein, ich weiß nicht, die Geschichte habe ich dir sicher schon erzählt, aber mein Großonkel wurde von seinem Vater mal nach England geschickt, um dessen, um bei dessen besten Freund, besten, besten, besten Freund noch aus Internatszeiten ein Praktikum zu machen. Und dann kam er nach dem Sommer irgendwie zurück nach Hause und dann hat sein Vater eingepackt, und wie war es bei, keine Ahnung, Harry in England? Und er meinte so, ja, das war so spannend, ich habe da in den, wir haben uns da die ganzen Minen angeschaut und der ist ja da in einem Eisengeschäft und so. Und er meinte, sein Vater so, ach so, Eisengeschäft? Ja, wusste ich ja auch nicht. Die waren beste Freunde und er wusste nicht, was er arbeitet. Geil. Und das finde ich irgendwie, also heute undenkbar, aber damals war das so total verpönt, nach Arbeit zu fragen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil sobald jemand sagt, ich bin Taxifahrer und der andere sagt, ich bin Investmentbanker, hast du halt nicht mehr eine Unterhaltung auf Augenhöhe. Und deswegen ist der Smalltalk da auch wieder in der Variante kontraproduktiv. Ja, eigentlich ist es auch nicht wirklich ein Kennenlernen und ein Abchecken ist der andere ein Freund, sondern es ist eigentlich eher so ein Einordnen. Steht der andere gefühlt über mir oder unter mir oder irgendwas? Oder kann ich den überhaupt erreichen? Sprechen wir so ein bisschen die gleiche Sprache? Ja, genau. Und ich meine, das wird ja auch immer wieder deutlich, wenn Leute das quasi so ad absurdum führen und dann wirklich sowas antworten. Du sagst, und, na, wie geht's? Und dann sagt der andere, ja, schlecht. Oder der andere sagt, willst du es wirklich wissen? Und es ist ja quasi, eigentlich ist es ehrlich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch direkt ein Angriff, weil es impliziert ja, du willst ja eh nicht wissen, wie es mir geht. Und deswegen ist eigentlich der komplette Smalltalk, wenn nicht beide hundertprozentig mitmachen und sich auf diese Verabredung einlassen, ist eigentlich für einen Eimer und führt eigentlich genau zum Gegenteil. Ja, genau. Und das führt eigentlich zu meiner nächsten, zu meiner, zu meiner, dem, was ich eigentlich rausfinden will, was, was man, gibt's Varianten, könnten wir was machen, was man statt Smalltalk macht. Weil eigentlich ist es ja so, das ist ja so ein, das hat ja jemand mal über unseren Podcast gesagt, bedeutungsloses Geplänkel. Und vielleicht, vielleicht ist es so, ah, hey, ja, na, wie geht's? Das ist, könnte es eigentlich genauso gut wild gestikulieren und nur Laute, also keine Wörter, sondern nur Geräusche machen. Das wäre eigentlich, würde es genau das Gleiche erreichen wahrscheinlich. Du, so ungefähr, wäre eigentlich kein großer Unterschied. Du würdest was viel Besseres erreichen. Du würdest nämlich erreichen, dass du dem, also, dass du nicht dem Inhalt zuhörst, was der andere sagt, sondern wirklich, äh, sozusagen die Vibration vom anderen aufnimmst. Du müsstest ja total aufmerksam sein und mitmachen und es hat sofort so was Spielerisches und ich finde, ich glaube, dadurch entsteht viel mehr Nähe. Das ist ja wie beim, wie beim, im Schauspielunterricht muss man ja manchmal sich hinstellen, einfach nur sich schütteln und Laute von sich geben und ich glaube, da lernt man wirklich sehr, sehr viel über eine Person und dessen primare Instinkte. Was ich auch gedacht habe, ist, es heißt ja Small Talk, aber man könnte ja auch dann, das Gegenteil wäre natürlich Big Talk, ja, und ich habe gesagt, anstatt eine Frage zu stellen, könnte man einfach eine große Aussage tätigen, die viel über dich aussagt und dann schauen, wie der andere darauf reagiert. Oh Gott. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe seit, ich habe seit zehn Jahren nicht mit meinem Vater geredet. Ohne Scheiß, es gibt ja solche Leute. Aber im ersten Satz, glaube ich. Es gibt ja Leute, die sind so krass, aber das ist ja dann nicht der Wunsch nach Nähe wirklich und nach wirklichem Kennenlernen, sondern das ist ja, glaube ich, dann immer eher die Wut, eben, dass Small Talk so eine Scheiße ist und das ist ja, es ist immer dann eine Provokation und das ist halt auch Kacke. Ich habe mal als Kind eine Katze zu Tode gefoltert. So was. Immer wenn ich Blumenkohl esse, kriege ich eine lang anhaltende Erektion. Zeigen Sie mal. Oder sich, man kann auch, weil es man auch machen könnte, sich 30 Sekunden lang komplett still anstarren, einfach nur. Das finde ich ja total spannend, weil ich habe eben schon gedacht, als du gesagt hast, wenn man einfach still ist, wenn still ist, dann impliziert das halt Gefahr. Und dann habe ich gedacht, das ist total spannend, weil wenn man quasi darüber hinweg ist über den Small Talk und sich einfach schon lange kennt, keine Ahnung, sagen wir mal, dir geht es jetzt schlecht und du kommst zu mir nach Hause und ich gebe dir ein Bier und wir sitzen auf Couch und du hast mir dann alles erzählt schon, was passiert ist und ich sage, Mann, tut mir leid, keine Ahnung und dann glotzen wir einfach nur so raus und keiner spricht, wäre das ja überhaupt nicht schlimm. Nee, bei Leuten, die sich gut kennen, ist stille nicht so schlimm. Also überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist ja eher ein Zeichen von, wie soll ich sagen, eher von Intimität, also von, wir fühlen uns wohl miteinander, das ist gar nicht schlimm, wenn jetzt jemand nicht redet oder man kann sich sogar mal kurz einen Moment in die Augen gucken und nicht sprechen. Das ist ja das Intimste, was es gibt, das ist ja so krass, ma irgendwie und das ist, finde ich, total abgefahren, dass das quasi am anderen Ende der Skala ist. Also wenn du den ganzen Small Talk, Big Talk, jetzt lernen wir uns näher kennen, jetzt sind wir Freunde, also erst mal Kumpel, sind vielleicht gute Freunde und so weiter und so fort und wenn das alles überwunden ist sozusagen und man so eine bestimmte Tiefe von, ja, keine Ahnung, Nähe schon mal erreicht hat, dann kann man wieder miteinander diese Stille haben, ohne dass es gefährlich ist. Das ist doch irgendwie, und ich glaube, das ist auch das, was am Anfang so gefährlich erscheint, dass man eigentlich total verletzlich ist und sich so durch gar nichts geschützt fühlt, wenn man einfach mal still ist und jemand ist dabei. Das ist ja voll krass. Das ist ja schon alleine manchmal gruselig. Ja, aber wenn ich ihn mal anschaue und mit meinem Blick signalisiere so, du, ich will dir nichts Böses, dann ist es ja eigentlich, ja. Aber stell dir mal vor, du triffst jemanden zum ersten Mal und du guckst, sagen wir mal, wir treffen uns zum ersten Mal, du guckst mir in die Augen und keiner von uns spricht und wir lächeln uns nur so an und signalisieren, wir wollen nichts Böses. Das wäre ja viel zu intim gefühlt für den ersten Kontakt. Das wäre ja total weird. Wenn es in einem Film passieren würde, würde man denken, okay, die sind Seelenverwandte aus einem anderen Leben oder schockverliebt oder whatever. Oder die kennen sich und haben sich tausend Jahre nicht gesehen. Das heißt, das ist nicht, das gibt es, glaube ich, nicht oder nur sehr selten. Dann wäre vielleicht tatsächlich die Hunde-Variante besser. Sich erst mal am Arsch rum schnüffeln. Dass man sich beschnuppert und dann plötzlich so freeze. Und dann läuft man ganz schnell umeinander rum und spielt Fang für zehn Minuten. Das fände ich zum Beispiel total super. Das entspricht mir auch total. Ja, das entspricht dir echt. Ich fand es auch süß. Ich habe meinen kleinen Neffen gesehen, der ist vier und da kam irgendwie so eine andere Vierjährige dazu und die kannten sich nicht. Und die haben kein Wort gesagt. Der hat sie erst mal in die Hand genommen und dann sind sie durch so eine Blumenwiese gelaufen. Oh Gott, ich muss weinen. Komplett still. Geil. Das war wirklich sehr süß. Oder man kann natürlich auch einfach, wenn man ein Bier dabei hat, einfach zusammen sofort ein Bier exzen. Das geht auch. Das ist auch ein guter. Es wäre ein besserer Smalltalk-Beginn. Ich frage mich, wie unser erster Smalltalk war. Das würde mich interessieren. Das würde ich gerne mal, wenn man das aufgenommen hätte. Stimmt. Was haben wir gesagt? Weiß gar nicht. Ach du. Wir haben uns ja nicht außerhalb vom Castingraum getroffen, sondern ich war schon drin und da war vorher ein anderer Typ. Der ist dann raus und du kamst rein und dann ging es direkt weiter. Und wir sind unabhängig voneinander auch nach Hause gefahren. Wir haben uns nicht so ein Smalltalk da noch abgedröselt. Nee. Ich finde, wenn ihr das nächste Mal jemanden seht, seht, trifft, versucht da nicht so in diese Smalltalk-Muster zu verfallen. Vielleicht kann man einfach mal sagen, du bist okay. Ich bin okay. Lass uns Freunde sein. Oder man könnte dem anderen auch an dem anderen rumschnüffeln und danach mit ihm Fangspielen und einfach mal gucken, was passiert. Und dann schreibt uns bitte, was passiert ist. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ach so. Bitte mit 1,5 Meter Abstand schnüffeln. Danke. Sowieso. Sowieso. Bitte, komm, ich hab Durst. Bitte lassen Sie ein Bier trinken. Geilomat. Schaumgeboren. Einmal eins. Ist 1 plus 1 ist 2. Und 2 plus 1, also wenn man jetzt vom 1 mal 1 die eine 1 wecken und plus 2 macht, dann wird es 3. Und 3 plus 1 plus 1 plus 1 minus 1 minus 1 ist 4. Mathe funktioniert super, weil diesen Jingles müssen wir öfter machen. Ja, das ist ganz einfach. So kommt man dann von 1 zu 4 und ist alles gut. Prost. Tschüsschen. Wir, Birt und ich haben uns vor, als diese Corona-Craziness, Anglizism, was sagt man, Anglizismus? Diese Corona-Verrücktheit. Als diese verrückte, hysterische Zeit losging, haben Birt und ich uns jeweils massenhaft Biere mitgegeben, weil wir nicht wussten, wie lange wir jetzt nicht zusammen podcasten dürfen. Und Britta hat mir sehr viel mehr Biere mitgegeben als ich ihr. Und diese Flasche, die wir heute trinken, ist das Bier, auf das ich mich am allerlängsten freue, weil die Flasche so abgefahren ist. Ja. Wirklich eine abgefahrene Flasche. Vor mir steht eine blaue Flasche und zwar eine richtig knallblaue Flasche. Wenn man sie gegen das Licht hält, sieht man das vielleicht, ich weiß nicht, wie kunstaffin du bist, August, mein Hasenbärchen. Aber es ist fast ein Eve Klein Blue. Also so ein richtig krass dolles Blau. Eve Klein sagt sogar mir etwas. Siehste. Der hat so ganz, ganz krass stark pigmentiertes Blau erfunden, in Anführungszeichen, aber eben für seine Bilder selber gemacht. Und es ist halt so super dollblau. Also es leuchtet ultra krass dollblau. Und so ist diese Flasche, wenn man sie gegen das Licht hält. Es ist ein niederländisches Bier. Das erfreut mich natürlich, weil da kann ich wieder so reden. Ich möchte mich schon mal entschuldigen, falls die Xiaomi ist schon sehr genervt, sind davon. Aber ich habe einfach große Freude. So, und zwar es ist vom Chateau Neuburg. Wie spricht man das wohl auf Niederländisch? Neuburg. 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 Neuburg vielleicht. Auf jeden Fall ist es ein Pilz. Ich dachte, ich hole mal wieder einen Pilz. Und auf der Flasche ist quasi kein Etikett. Also nur ein ganz kleines oben am Hals. Der Rest ist eine komplett gravierte Flasche. Heißt das graviert? Ja, so reingefräst in das Glas. Genau. Oder reingedruckt, würde ich fast sagen. Ja. Also auf jeden Fall ist das eine Reliefflasche. Da ist dieses Neuburg-Börch Wappen drin. Es kommt eben vom Schloss Neuburg auf Deutsch. Es ist ein mehrfach ausgezeichnetes Pilz. und ich bin trotzdem ein bisschen pissig, weil ich fast nichts über diese Brauerei gefunden habe, weil deren, die haben zwar eine tolle Website, aber die ist leider nur auf Holländisch und ich habe nichts verstanden. Was ich verstanden habe ist, das ist ein Gulpener Bier. Es wird in Gulpen gebraut, in den Niederlanden und die, eben diese Brauerei nutzt Hopfen aus ihren eigenen Hopfengärten. In meiner Fantasie. Ich kann leider nur aus meiner Fantasie sprechen. Es ist eben ein großes Chateau, das umschlossen ist von riesigen Hopfengärten. Kleine Prinzessinnen laufen herum und pflücken den Hopfen. Die haben eben ihren eigenen Hopfengarten. Dort werden nur regionale und so fern vorhanden biologische Zutaten benutzt und das Wasser aus ihren eigenen Quellen, zum Beispiel aus dem Brunnen, in dem der kleine Frosch wohnt, den die Prinzessin dann ab und zu dort besucht, weil ihre goldene Kugel reingefallen ist. Und weil die eben alles aus ihrem eigenen Haus und Hof Schlossgarten benutzen, nennt sich Gulpener auch der freie Brauer, weil sie natürlich alles aus ihrem eigenen Garten benutzen. So. Und mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht sagen, außer zum Wohl und hier ist das Geröff vom Gulpener Chateau Neubörch. Jo. Mhm. Okay, kurz bei mir. Moment. Wie so in eine Pfütze reintreten. Stimmt, so hört sich das an. Riech mal direkt am Flaschenhals. Citrusnoten. Oh, es riecht so gut. Es riecht so lecker. Also wenn man das vergleicht mit dem Geruch von unserem Staropramen letzte Woche, ist es sehr wohltuend. Ja, also es riecht richtig lecker, riecht nach einem Pilz, riecht sehr erfrischend, sehr nach Getreide schon, also auch so ein bisschen brotig. Ich schütte immer ein. Ja, und Hefe riecht man auch ganz gut. Ja. Dieser Hefegeruch. Schaum ist gut, viel Schaum, sehr knallegelb ist es, schön hell. Ganz klar. Golden, Schaum ist feinporig. Sprudelt viel, also ich habe die Vermutung, dass da viel Kohlensäure drin ist. Das stimmt, ich glaube auch, das sieht auch schon sehr nach Kohlensäure aus. 5,5% hat 2,49 Euro gekostet und ist eine Stark für einen Pilz. Genau. Drei Flasche, jetzt probieren wir mal. Oh ja. Sehr lecker. Fresh, süffig. Sehr lecker. Stabil. Sehr süffig. Sehr süffig. Auch würzig. Also schmeckt wirklich würzig. Hat ein bisschen Bitterkeit. Schmeckt auch ein bisschen hopfig, aber alles noch total im Rahmen. Das ist wirklich ein Trinkbier. Also das kann man, könnte ich jetzt sehr gut in der Sonne, im Garten. Also das ist wirklich, das geht einfach so runter. Oh, das ist schön. Und ich habe jetzt gerade die Flasche ausgeschüttet oder ausgekippt und jetzt ist es nur noch eine wirklich knallblaue Flasche. Das sieht auch gut aus, wenn man die dann irgendwo stehen lässt. Ja, die ist wirklich knallblau, ey. Wahnsinn. Man kennt ja das Problem von den herumstehenden Bierflaschen nach einer richtigen Session. Ja. Und das hier wäre dann eigentlich kein Dorn im Auge, wenn man so sagt. Nee, vielleicht können wir irgendwas damit basteln. Eine Vase oder irgendwas Nettes. Da muss man gar nicht so viel basteln, Gott sei Dank. Nee, da muss man nicht so viel basteln. Man muss einfach nur eine Blume reinstellen. Ja. Das wäre doch schwierig. Schwierige Frage, wie wir das jetzt bewerten. Das ist natürlich, jetzt haben wir nicht so viel. Also ich finde es richtig toll. Es ist schön würzig. Das Malz ist auch gut zu schmecken. Es ist ein richtig gutes Pilz. Es ist nur ganz bisschen süß. Also es ist mir nicht zu süß. Und es ist schön, tatsächlich gut viel Kohlensäure drin, was ich gerne mag für dieses Bier, weil es einfach fresh und Spaß macht. Es ist ein guter Durchlöscher. Ein guter Durchlöscher. Durchlöscher. Es ist sehr süffig. Es ist einfach ein süffiges Bier. Davon kannst du locker, ja, da kannst du einen richtigen, langen Nachmittag mit verbringen mit diesen Bieren. Also mir gefällt es auch. Finde ich gut. Aber es ist trotzdem jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vor Begeisterung durch die Decke gehe, weil ich, weil es fehlt mir vielleicht so ein bisschen der Special, also hier geht für mich so der Special Faktor eigentlich von der Flasche aus. Definitiv. Definitiv. Aber es ist ein Pilz und es erfüllt auch alles, was ich an meinem sehr gerne getrunkenen Pilz erwarte und darum, ich würde direkt frisch von der Leber weg eine 8,5 von 10 geben. Nice. Du kannst jetzt nicht einfach nur eine Zahl geben. Das ist ja die Frage. Das Problem ist ja, was geben wir den blauen Flaschen, weil wir können ja nicht in Flaschen bewerten. Na, Hopfenprinzessinnen würde ich Ihnen geben. In blauen, aber mit blauen Hopfenprinzessinnen, aber die sind natürlich nicht auf dem Etikett drauf. Das macht doch nicht. Aber die sind in meiner Fantasie drin. Sie kriegen, das Neuburg-Pilsen kriegt von mir 7 von 10 blauen Prinzessinnen. Blaue Prinzessinnen. Die Frösche küssen. Ja. Ach, es ist so toll, es gegen das Licht zu halten. Das macht richtig Spaß. Das ist fast wie, fast meditativ, durch diese blaue Flasche zu glotzen. Ja. Wie ein Kleideskop. Ich habe es schon fast ausgetrunken, weil es jetzt so gut runtergeschwubst ist. Ja, ich auch. Es ist wirklich dieses Podcast und Trinken. Ich habe heute noch, heute Mittag noch gesagt, ich trinke heute kein Alkohol. Und dann habe ich vergessen, dass wir podcasten. Das geht natürlich nicht. Ja. Es ist ein weiterer Tag in meiner Woche, der von Alkohol durchseucht ist. Ich habe ja letztes Mal im Podcast erzählt, dass ich mich auf die Reise mache nach den Frauen, Frauen, die brauen. Die lustige Reihe mit Birte Hanusrichter, Frauen, die brauen. Und da habe ich gemerkt, dass wir sehr wenig Biere von Brauerinnen bis jetzt hatten. Und habe eben gesucht, gesucht. Aber nicht absichtlich. Nein, natürlich nicht absichtlich, weil es einfach so wenig gibt. Oder es gibt natürlich schon welche, aber man muss wirklich suchen. Und ich habe auch gemerkt, es ist dann schwierig, welche zu finden, die man auch in den normalen Online-Bier-Shops bestellen kann, die wir so frequentieren. Also wenn, dann haben die vielleicht gerade keinen Shop. Ein paar habe ich wirklich privat auf Facebook angeschrieben. Habe geschrieben, hey Leute, ich will gerne euer Bier vorstellen. Wie komme ich denn da ran? Das ist ein Satz. Was? Das ist ein Satz von dir. Ach so, ich habe verstanden, das ist ein Satz. Das ist ein Satz. Das ist ja wohl kein Einsatz, Birte. Das ist ja wohl lächerlich, dieser eine Satz, den du da geschrieben hast. Ja genau, also bei den anderen, die hatten dann von der Brauerei wenigstens einen eigenen Online-Shop. Eins habe ich tatsächlich. Ein wahnsinnig schönes, eine wahnsinnig schöne Design-Dose habe ich bestellt. Also das heißt, die werden jetzt alle folgen in den nächsten Wochen und auch eine große Geschenkbox mit einem ganz besonderen Bier für dich und mich, wenn wir zum ersten Mal wieder zusammen podcasten können. Da freue ich mich drauf. Das ist nämlich eine große Literflasche in einer großen Geschenkbox mit einer roten Schleife und einem goldenen Logo drauf. Und ich dachte, das machen wir dann schön zur Feier des Tages, wenn wir wieder nebeneinander sitzen und auch das von Frauen gemacht. und deswegen müssen wir uns sowieso bald wieder sehen, damit ich dir da neue Biere in die Hand drücken kann beziehungsweise diese große Flasche mit dir zusammen köpfen werde. Ich bring auch was mit, wenn wir uns das nächste Mal zusammen podcasten. Sehr gut. Aber du wirst es nicht mögen. Weißt du schon? Ja, ich weiß, du wirst es nicht mögen. Heißt das Blumenbier? Kein Bier. Achso. Es ist kein Bier. Nee, ich bring dir etwas mit, was wir auch zur Feier des Tages machen werden, aber es ist kein Bier. Ein Schnitzel. Du wirst es dann sehen. Bitte, bitte nicht. das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber ich esse kein Fleisch, das weißt du. Du kriegst einen riesigen Burger mitgebracht. Nein, es wird nichts zu essen natürlich. Achso. Schaum geboren. Ein Podcast. Was ist denn? Hier ist der beschissene Krankenwagen. Was? Wir essen jetzt schon wieder krank. Weiß ich doch nicht. Es ist schon genug Leute krank jetzt. Was ist denn? Ich werde dir den Anfang meiner wundervollen Reise mitteilen und da möchte ich mir auch gar nicht die Credits einheimsen, denn der Anfang meiner Reise zu den Brauerinnen, denen die Frauen vertrauen, war ein Artikel von Nina Annika Klotz. Das ist die Gründerin von Hopfenhelden. Eine Seite, eine Internetseite, auf die wir ja auch öfter mal gehen, weil man da sehr viel tolle, coole Sachen über Bier lernen kann. Und da gucke ich auch gerne mal nach, wenn ich nicht weiß, was los ist. Hopfenhelden.de können wir sehr wärmstens empfehlen. Wärmstens können wir das empfehlen. Auch eigentlich ein guter Name. Hätte ich auch gerne unseren Podcast so genannt. Aber naja. Wobei ich hätte ihn natürlich Hopfenheldinnen und Helden genannt. Aber whatever. Jedenfalls hat die Nina einen Artikel geschrieben, der da heißt Frauen, die brauen. Bier war ursprünglich Frauensache. Und über dieses Thema habe ich wahnsinnig viel im Netz gefunden und auch ganz viel mich belesen. Aber fand tatsächlich, dass die das in ihrem Artikel so geil zusammengefasst hat, dass ich erst kurz überlegt habe, ob ich den einfach klaue. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das geht ja gar nicht. Mir geht es ja hier darum, eine Lanze für die Frauen zu brechen. Und deswegen darf sie ihre Credits behalten. Und ich sage jetzt einfach, dass sie diese Infos zusammengetragen hat. Denn das allererste Bier, das gebraut wurde, ist wahrscheinlich, das ist so eine kleine Sage, aber die fand ich so schön, passiert durch nass gewordenes Fladenbrot oder achtlos stehen gelassene Getreidesuppe. Das weiß man nicht so ganz genau. Das begann dann zu gären. Und das, was danach übrig blieb, das schmeckte überraschenderweise ganz gut. Und das war der Beginn des Weltgetränks Bier. Und da das im Haushalt passiert ist und zu Hause ja auch gebacken wurde, das Getreide verarbeitet wurde und so weiter und so fort, war es tatsächlich eine sehr lange Zeit, die Aufgabe der Frauen, Bier zu brauen. Das heißt, das war eine der ganz gewöhnlichen Tätigkeiten, die man so zu Hause gemacht hat. Das heißt, die Frauen haben das Brot gebacken zu Hause und haben dann eben auch das Bier gebraut. Und deswegen war Bier auch eine lange Zeit, immer, immer wieder in der Geschichte, ein Frauengetränk. Was ich total verstehen kann und was ja meiner Ansicht nach auch heute immer noch so ist, da muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Mein Neuburg ist somit leer, wir können also gleich auch weitermachen mit deinem Bier. Meinst du, ist auch leer? Ach, guck mal. Genau, und die erste Göttin des Bieres war eine Göttin aus der Mythologie der Sumerer, und zwar Ninkasi. Diese Göttin war tatsächlich genau für Bier zuständig. Bei den Ägyptern gibt es auch eine, die heißt Tienenet oder auch Tennenet. Und die war zuständig für Geburten und Bierbrauen. Also ganz eng da auch wieder zusammenhängen, Frauen, Frau sein, was Neues in die Welt. Wir wissen ja, Schwangerschaft und Bier passt gut zusammen. Darum ist es ja auch auf jeder Bierflasche hinten drauf. Genau. Und in der Kalevala, ich kann es gar nicht auch sprechen, in der Kalevala, das ist der finnische Nationalepos. Was haben wir darüber, August? Der finnische Nationalepos ist wahrscheinlich so die nordische Heldenmythologie-Sage, wahrscheinlich so wie Thor und diese ganzen Jungs da in Schweden. Kann das sein? Wahrscheinlich. Ich weiß nichts darüber, aber ich dachte, da du das ja studiert hast und da aus der Gegend irgendwo wegkommst, weißt du ja bestimmt was. Aber darum lassen wir das jetzt einfach so stehen. Das wird auch nicht geprüft. Das sind die Fakten, die wir euch hier liefern. Im Schaumgeboren-Podcast, liebe Schaumis. Und eben in dieser Kalevala gibt es eine Jungfrau namens Osmota, was ich sehr schön finde, weil Osmose eine der einzigen Dinge ist, die ich in Biologie je verstanden habe. Die heißt Osmota und mit diesem passenden Namen ist diese Jungfrau auf die Idee gekommen, aus Gerste, Wasser und Hopfen ein Getränk zu brauen. Und tatsächlich war auch, apropos Jungfrau, ein Braukessel ganz lange Zeit ein ganz normaler Bestandteil der Mitgift. Also das, was... Das finde ich so vernünftig. Das finde ich auch total vernünftig. Ich finde das super. Ich hätte was zum Henker, soll man mit fucking Geschirr mit Goldrand oder einer Tischdecke, wenn man einen Braukessel haben kann. Also, Hallöchen, sage ich da nur. Eine der größten Bierfrauen in der deutschen Geschichte, Obacht, war, jeder kennt sie, Hildegard von Bingen. Moment mal, ganz kurz. Jeder kennt sie? Ja, was haben wir über Hildegard von Bingen, August? Hildegard von Bingen, Benediktina Nonne, gelebt 1098 bis 1179. Guck mal, wie ich. Ach nee, da bin ich geboren, 79. Das ist Wahnsinn, was du alles weißt. Weiß ich alles auswendig. Die ist eben eine Nonne und wahnsinnig bekannt für ihre Heilpflanzenkunde. Die hat angefangen, in den Klostergärten Heilpflanzen zu erkunden. Also die hat quasi die Heilpflanzen alle aufgelistet und geguckt, was ist für was. Ich glaube, sogar daher kommt Klosterfrau Melissengeist oder Klosterfrau diese Marke. Ich glaube, das ist sogar... Das ist purer Schnaps. Ja, aber ich glaube, die Klosterfrau ist Hildegard von Bingen. Man weiß es nicht genau. Auch das lasse ich einfach so stehen. Aber nichtsdestotrotz hat... Willkommen bei Schamgeboren. Genau. Faktbasierend. Egal. Hildegard von Bingen hat ein Buch geschrieben. Das heißt von dem inneren Wesen der Naturen. Und da hat sie als Erste die besondere Heilkraft des Hopfens hervorgehoben. Hopfen macht ja ruhig, also Hopfen beruhigt und ist ja eben ein Cannabinoid, wie wir alle wissen. Habe ich ja schon ganz am Anfang dieses Podcasts mal erzählt. Und die hat eben auch das Bier und das Bierbrauen in die Klöster gebracht. Und da haben ganz lange Zeit Nonnen Bier gebraut. Und haben eben gesagt, Mensch, das ist toll. Bier hilft bei Einschlafproblemen, bei Verdauungsproblemen. Und Hildegard von Bingen hat damals schon ihren Mitschwestern und Brüdern gesagt, passt mal auf, anscheinend hält der Hopfen eine gewisse Fäulnis von den Getränken fern. Und wir wissen ja vom IPA, nicht wahr? Genau. Ja, wir wissen auch, dass Schulkinder in England, weil die Wasserqualität so schlecht war, haben ganz viele Kinder vor der Schule ein Bierchen bekommen, statt Wasser zu trinken. Ganz genau. Das war sogar noch im 19. Jahrhundert gang und gäbe. Und Hildegard von Bingen hat eben ihren Kollegahs und Kolleginnen im Kloster Folgendes empfohlen. Servisium Bibat. Was bedeutet das, August? Latinum? Das Servis ist beim Biber. Richtig. Das lasse ich, ich lasse das jetzt auch. Komm, wir lassen das so stehen. Ich kann auch Altgriechisch, falls du was in Altgriechisch wissen willst. Ich finde das gut. Das Servis ist beim Biber, das hat Hildegard von Bingen bereits gesagt. Ja, was heißt das denn jetzt? Das sage ich ihm wieder was gelernt. Dass man Bier trinken soll, hat auch Katharina von Bora, nämlich Luthers Ehefrau, gesagt. Die nämlich auch eine herausragend gute Brauerin war. Das weiß man, weil Luther selbst das in die Welt getragen hat. Der hat nämlich in seinen Briefen von seinen Reisen ihr geschrieben, sie möge doch bitte ein Floschen ihres Bieres zu ihm schicken, so oft sie könne. Und er hat gesagt, er würde nicht zu ihr nach Hause kommen, bevor sie nicht den nächsten Brausud fertig hätte. Herrlich. Jetzt fragt man sich natürlich, August, und ich weiß, dass auch du dich das fragst und dass du schon auf Glühhändenkohlen sitzt, wie das denn dann passiert ist, dass das Brauen einfach so aus den Händen dieser wahnsinnig talentierten Frauen gerissen wurde und dann auf einmal eine sehr lange Zeit nur noch von Männern ausgeübt wurde. Das war... Ja, gute Frage. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, nämlich dem Kapitalismus-Bashing. Als die Männer in den Klöstern erkannt haben, dass man Bier sehr gut verkaufen kann und dass man damit wahnsinnig gut handeln kann, wurde es sofort geschnappt und kommerzialisiert. Und Bierbrauen wurde zu einem Beruf, einer Zunft und nicht zu etwas, was eine Frau halt zu Hause einfach so macht. Und danach wurde das eben eine Männerdomäne, weil die haben natürlich Lehrberufe ausgeübt. Die durften Ausbildungen machen und... Das ist gemein. Das ist total, ja, richtig. Das hast du gut erkannt. Und ja, also bis vor kurzer Zeit waren unter den Lehrlingen zu BrauerInnen und MelzerInnen nicht mal 10% Mädels. Das hat sich zum Glück geändert und zwar vor allem auch jetzt, seitdem es diese neue Craft Beer Bewegung gibt. Das finde ich richtig gut und das freut mich und ich bin da ja auch sehr interessiert und glücklich und wie gesagt, kurz davor selber eine Brauerin zu werden. Und dann, sie hat eben hier auch coole Beispiele gebracht von Frauen, die wir auch, die uns auch schon in die Quere, in die Quere, das ist natürlich Quatsch, die uns schon erfreulicherweise über den Weg gelaufen sind. Und zwar nennt sie einmal die Gründerin von Berlo, nämlich Dr. Katharina Kurz, die wir ja auch gerade in einem Bier-Talk kennengelernt haben, just letzter Woche. Eine wahnsinnig coole Frau. Und die Braumeisterin Ulrike Gens, die von Schnee Eule, die diese Sauerbiere macht, die hat uns Sönje Nikolaisen in unserer Edelstoff-Folge schon mal ans Herz gelegt. Und auch bei Stone, da arbeiten auch gleich mehrere Brauerinnen. Ja und wie gesagt, auch ich habe ganz viele Brauerinnen gefunden, die ich dir in den nächsten Podcast-Folgen mal ans Herz lege und da gucken wir uns das alles mal an. Das finde ich sehr spannend. Charme geboren. Ein Bonding-Ritual. Zwei Schnüre, die man dafür braucht. Drei Engel für Charlie ist eine Serie, die ist relativ bekannt, aber die habe ich nie gesehen. Du? Ja. Du sagst jetzt niemals vier oder was? Hörst du jetzt auf mit vier? Ach so, ne vier? Hatten wir überhaupt vier? Ach ja, viermal im Monat. Wir hatten immer vier. Ach stimmt. Vier Engel für Charlie hätten wir, wenn ich endlich mitspiele. Aber ich will eigentlich gar nicht mitspielen. Ich wäre lieber Charlie. Kannst du nicht mein Engel sein, mein Hase? Doch, doch, doch. Ich bin eh dein Engel. Ich bin eh dein Engel. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir, August? Wir wollten ja ursprünglich mal nicht so viel über Religion reden in diesem Podcast, aber bist du gläubig? Das ist eine gute Frage. Ich bin, mein Neffe wurde gerade getauft und ich hatte einen sehr, sehr guten Pastor. Und der hat so begeistert über den Glauben gesprochen und die Liebe und die Zuversicht, die man im Glauben finden kann. Und immer wenn ich solche Leute mit so viel Passion reden höre, dann bin ich eigentlich immer mehr und mehr davon überzeugt, dass ich mich vielleicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Aber bislang, vielleicht aus Faulheit, vielleicht auch, weil es mir vielleicht zu gut geht, habe ich mich immer auf meinen Agnostiker-Status berufen. Ich kenne mich leider aber auch zu schlecht aus. Was ich allerdings weiß, ist natürlich mein eigenes Bild von Gott. Und das würde mich ehrlich gesagt, hold that thought, aber mich würde interessieren, wie du Gott siehst, weil ich habe das Gefühl, ist das ein netter Onkel in deiner Fantasie oder ist das ein Böser? Also ist der sauer, ein bisschen grantig? Nee, in meiner Fantasie ist es natürlich eine Frau. Ist ja klar. Okay. Und ich bin jetzt gerade... Ich fände es gut, wenn es ein Mann wäre, weil wenn ich dann zum Himmel komme, dann hätte ich mehr Themen, glaube ich, so ein bisschen. Wieso? Wir haben doch auch mega Themen. Ich bin auch eine Frau. Ja, aber wenn ich im Himmel bin, würde ich schon ein bisschen über Fußball reden. Ich wette, es gibt niemanden, mit dem du mehr redest als mit mir. Das stimmt. Du armer Kerl. Ich habe ja gerade eine Statistik in der Bibel, über die Bibel gelesen. Das ist sehr interessant. Weißt du, wie viele Menschen Gott in der Bibel, da gibt es Menschen, die das hochgerechnet haben, wie viele Menschen Gott in der Bibel umbringt? Viele bestimmen. Sag mal. Über 2,1 Millionen Menschen bringt er um. Und jetzt, wie viele Menschen, glaubst du, bringt Satan in der Bibel um? Vier? Zehn. Ja. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Also er ist ein bisschen jähzornig. Er ist ein bisschen weird. Das liegt daran, ich höre ja diesen wunderbaren Podcast, Achtung, Podcast-Empfehlung, Hashtag Podcast-Empfehlung unter Pfarrerstöchtern, der von der Zeit, dieselbe Frau macht, die auch den Zeitverbrechen-Podcast macht, die mit ihrer Schwester das zusammen macht. Und die erklären die Bibel. Die sind tatsächlich beide Pfarrerstöchter. Und die erklären die Bibel auch eher so auf geschichtliche Art und Weise. Und die sagen eben, häufig sind früher einfach Dinge passiert. Und danach hat man halt probiert, es mit Gott zu erklären. Also weißt du, es kam eine Sintflut sozusagen. Und danach hat man halt eine Geschichte darüber geschrieben. Das muss ja dann wohl Gott gewesen sein, der uns bestraft und so. Darum weiß ich nicht genau. Ich glaube jedenfalls nicht an diesen Gott aus dieser Bibel. Ich sehe die Bibel auch eher als Geschichtsbuch. Und ich glaube tatsächlich, ich glaube weder an eine Göttin noch an einen Gott. Ich glaube, ich möchte gerne jetzt, nachdem ich das alles weiß, möchte ich gerne an Nenkasi oder Tienet Nenet glauben. Die Schöpferinnen des Bieres. Das finde ich gut. Darauf könnte ich mich einlassen. Aber das ist vielleicht eher sowas wie ein Fantum. Also sowas wie, wenn ich jetzt Axel Rose früher geil fand, als ich klein war, finde ich jetzt einen Kasi gut. Aber ansonsten, wenn ich an etwas glaube, was mir, wie soll ich sagen, Zuversicht gibt oder sowas wie anderen Menschen, vielleicht Gott oder so, dann jetzt werde ich Achtung, Obacht, jetzt wird bitte ganz krass esoterisch. Also wenn ich an etwas glaube, dann an eine Energie oder sowas, die aus Verbindung entsteht. Also ich glaube, dass jede Verbindung zwischen zwei Lebewesen, wenn sie denn echt und gut und so ist, so wie zum Beispiel, wenn wir nebeneinander still auf der Couch sitzen und nicht mehr Smalltalk halten müssen, sondern wenn man das erreicht hat, dass man so eine wirkliche Verbindung mit jemandem hat, dann entsteht ja irgendwie was. So ein Gefühl, so eine Energie zwischen zwei Menschen oder zwischen zehn Menschen, völlig egal. Oder zwischen dir und einem Baum oder einem Hund oder egal. Aber es gibt so ein bestimmtes Gefühl, das es manchmal gibt, das ist so, wir sind zusammen, alles ist gut. Also wir sind verbunden. Und diese Verbundenheit, glaube ich, ist was. Und die ist für mich sozusagen sowas, so eine Urenergie oder sowas Göttliches, an das ich mich gefühlsmäßig wende, wenn es mir scheiße geht. Oh Gott, oh Gott, was, oh Gott. Das finde ich auch, also das ist ja so die Sache, die ich, es gibt diese göttlichen Momente. Es gibt diese göttlichen Begegnungen und gemeinsam Zeit verbringen, diese göttlichen Verbindungen. Aber ich finde, es gibt auch einfach nur göttliche Momente, wo man alleine ist. Und ich denke zum Beispiel, ein Beispiel, ich glaube, ich bin das erste Mal geflogen mit acht. Da haben mich meine Eltern zu meinen Großeltern nach Schweden geschickt. Und ich bin geflogen und da hatte ich so eine Aufpasserin am Flughafen, die mich dann zum Gate bringt. Und dann im Kinderaufenthaltsraum sitzt man dann rum und darf in so einem Bäderbad spielen. Und da bin ich das erste Mal geflogen. Und ich war von Frankfurt nach Kopenhagen oder von Kopenhagen nach Stockholm. Und ich hob ab und ich sah das erste Mal die Wolken von oben. Und es war unbeschreiblich krass. Und wenn ich solche Erlebnisse an sowas denke, dann denke ich mir schon, es gibt schon irgendwo. Sag mal. Also selbst wenn es nur in uns ist, gibt es diese göttlichen Momente trotzdem. Das erste Mal, dass du geflogen bist in deinem Leben, war direkt alleine. Ja, war alleine. Alter, was? Nee, aber ich fand das total aufregend. Aber man kann dich doch nicht verwirren. Och Gott, der kleine August, der muss noch einen Elternteil mit. Oh mein Gott. Ich hatte so eine kurze Hose an und so eine Strickjacke und so hochgezogene Strümpfe und so ein Käppi. Und so einen Lederrucksack auch. Nee. Ich glaube, es war irgendwie so ein He-Man-Rucksack oder irgend sowas. Aber es war so unfassbar. Das war ein Moment, der mich wirklich geflasht hat. Aber ist das nicht auch diese Momente, wo man das alleine hat, ist das doch auch, weil man verbunden ist. Also man ist verbunden mit der Größe der Natur. Weißt du, du sitzt und guckst aufs Meer oder bist im Wald. Aber es ist ja nicht alleine, wenn du gerade auf Instagram rumdaddelst oder irgendwie in einer vollen Fußgängerzone rumhängst. Sondern wenn du es alleine hast, ist es ein Moment, wo du alleine dich irgendwie verbunden fühlst. Aber mit dem Ganzen, mit irgendwas anderem auf der Welt oder so. Also ich glaube wirklich... Also Göttlichkeit ist für dich Verbundenheit. Ja, aber nicht auf eine Smalltalk. Wahnsinn, wie sich der Kreis jetzt schließt wieder zu deinem Anwachsenen. Ja, unglaublich. Du bist so elegant. Ja, richtig gut. Also nicht auf diese Smalltalk-Art und Weise, weil das ist ja eben nicht verbunden sein. Sondern wirklich ein, ich traue mich, intim zu sein mit jemandem oder etwa. Nicht auf eine sexuelle Art und Weise, sondern eben verbunden. Ich zeige mich. Vorsicht, Anglizismus. Wenn man die Connection spielt. Ja, ohne Scheiß. Das ist doch aber auch genau das, wenn man zum Beispiel als Schauspielerin auf die Schauspielschule geht und man denkt die ganze Zeit, ja, ich spiele da irgendwas und bla bla bla. Und dann spielt man zum ersten Mal eine Szene mit jemandem und es funktioniert total. Und man verliert sich so voll in dem Moment und man spielt und irgendwas passiert und man weiß nicht genau was. Und danach denkt man so, krass, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was passiert ist. Aber irgendwie hat es einfach so, es war so total real und es war einfach so eine, es ist so, als ob man so eine große Wahrheit angezapft hat. Man weiß das, was wir gerade. Ich habe so viel gespürt. Ja, aber nicht für dich selber, sondern du weißt, du hast, da ist was passiert, was jeder, der zuguckt, versteht, weil es so eine allgemeingültige Wahrheit angezapft hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein Verbundensein mit dem Ganzen. Ach, schön. Hi, willkommen beim Esoterik-Podcast Schaumgeborenen, Götter und andere Problematiken. Aber du hast mich gefragt, ob ich gläubig bin. War das, weil du willst ein religiöses Bier brauen? Nee, das war, weil ich gesagt habe, wenn, dann werde ich jetzt an den Kasi glauben. Das ändert das jetzt bei mir hier mit den Frauen im Bier. Sehr gut, sehr gut. Apropos Bier, sollen wir noch einen letzten Schluck nehmen? Auf jeden Fall. Also nicht einen letzten Schluck, sondern ein letztes Bier, ein zweites, letztes Bier. Darauf ein letztes Bier, ich bitte darum. Okay, ich muss es jetzt kurz holen gehen. Ja. Einen Moment. Und ich kann in der Zwischenzeit schon mal sagen, was August jetzt gerade holt. Der hat nämlich auch ausgerechnet das Bier ausgewählt, auf das ich besonders viel Bock hatte. Und zwar ist es wieder ein Popples und es ist das Passion Pale Ale. Und das finde ich richtig geil. Schaum geboren. Ein Podcast. Zweimal zwei, zweimal zwei Schauspieler. Zweimal zwei ist vier, fehlt die drei und die fehlt, weil du mir auch so fehlst. Darum lassen wir diese Lücke, bis wir uns wieder sehen können zum Live-Podcast. Du fehlst mir auch. Ach, Hasebärchen. Da kommt er. Ich habe schon verraten, was wir trinken. Ich habe dich gehört, sehr gut. Ach so. Genau. Es ist das zweite Bier von der Poppelsbrügerie aus Schweden, aus meinem Mutterland. Und es ist eine Brauerei 2012 gegründet. Liegt in Jonseret bei Göteborg. So jung und schon so gutes Bier. Ich habe jetzt schon, das ist das dritte Bier, was ich von denen trinke. Eins haben wir im Podcast getestet. Und eine rein ökologische, also Bio-Brauerei, die größte Bio-Brauerei in Schweden. Und es ist ein Passion Pale Ale. Pale Ale ist ein obergieriges Bier. Und die Begriffbildung, es kommt von, geht auf das frühe 18. Jahrhundert zurück, als man den hellen Charakter durch trocknen des Malzes mit Koks erreichte. Also das Malz wird über ein Koksfeuer statt einem Holzfeuer gerüstet. Mit Koks? Was? Ja, ich wusste, dass du so einen Stumpfung jetzt bringst. Was zu einer helleren Farbe führt. Also es ist ein Pale, ein ganz, ganz, ganz helles Bier. Und falls es euch interessiert, wir haben ja mal über diese Farben der Biere gesprochen. Und es gibt ja diese zwei Einheiten, SRM in Amerika und EBC, European Brewery Convention, Maßeinheit. Und ein Pale Ale liegt bei zwölf EBCs. Ein Pilsner, was wir gerade getrunken haben, liegt bei vier. Das nur am Rande. Okay, in diesem Bier ist ein bisschen Passionsfrucht mit eingebraucht. Nee, ich glaube, es ist reingeschüttet. Ja, genau. Passionsfrucht ist hinzugegeben worden. Das heißt, man hat den fruchtigen Geschmack jetzt nicht nur aus dem Hopfen geholt, sondern da tatsächlich Passionsfrucht mit reingegeben. Obergieriges Bier, das habe ich vielleicht schon gesagt, sehr gestauchte kleine Flasche, so ein bisschen wie die Red Stripe Flaschen. 0,33, 40 Bittereinheiten, das ist relativ mild im Rahmen. 5,2 Prozent Alkohol und ja, sorgt für ein, also die Brauerei sagt selbst, das ist ein tropisch fruchtiges, süffiges Trinkerlebnis. Lest du das gerade vor hinten von der Flasche? Nee, ich lese es nicht vor. Ach so, weil auf der Flasche steht ja wieder sowas in Schwedisch. Da steht ja wieder Ölensom, du Haller, i Dinhand, i Grunden, i Val Humlad. Palle, Palle, ach so, Pale Ale, af, lettere, Charakter. Ach so, ja, das kann ich übersetzen. Das ist ein Bier, das ist schön, das geht gut von der Hand. Das macht einen, wie das letzte Mal, auch schon sehr humble. Und es hat einen leckeren Charakter. Dann soll man seine Haare damit einschmieren, die riechen dann nach tropischen Früchten. Aber obacht, die Genome verändern sich, wenn man das trinkt. Und deswegen kann man dann auf dem Markt baden in einem Kerzendocht. Ich weiß nicht, ich glaube, es klingt so, als ob die Leute, die Etikettentwerfer haben da, ich weiß nicht genau, ob die das an dem Montagmorgen total verkatert zusammengeschrieben haben. Aber ich finde es viel besser, wenn es das wäre, was du gerade vorgelesen hast. Ich finde das mit dem Genom sehr interessant. Was bedeutet das Wort auf Schwedisch? Jernom, durch. Ach so. Durch. Schade. 3,29 kostet es, diese Flasche. Und ich mag dieses, ich mag das, wir hatten ja vor ein paar Wochen das Riedenburger Doldensud. Und da war sehr viel Text auf der Flasche. Hier ist auch sehr viel Text auf der Flasche. Aber man merkt, finde ich, ein bisschen, dass die Schweden einfach was von Design verstehen. Weil hier ist viel Text, aber es ist gar kein, also kaum, kaum irgendwelche grafischen Symbole oder Wappen. Es ist nur Text eigentlich, aber es sieht geil aus. Es ist gut zusammengestellt und es ist nämlich stimmig. Du willst nur angeben, weil du Schwede bist, das andere war auch schon. Ja, die Schweden verstehen was davon, von Design. Deswegen gehen wir auch alle immer zu Ikea, nicht? Ja, alle wollen sich skandinavisch einrichten. Die Dänen und die Schweden sind einfach stark. Und hier ist hinten auf dem Bier steht wieder, wozu man das essen kann. Nämlich zu Lachs, das heißt wahrscheinlich Lachs, Salat, das heißt wahrscheinlich Salat und zu Selzkapsdrück. Das ist ja selbsterklärend. Genau. Ein Gesellschaftsgetränk. Aha. Ja, okay, pass auf. Ich lasse jetzt, ich lasse jetzt das Geräusch sprechen. Yes. Ich auch. Psst. Oh, es riecht nach Blumen. Oh, es kommt mir direkt eine Blumenwolke entgegen. Oha. Ich rieche da keine Blumen. Ich rieche da gar keine. Ich verstehe nicht, warum du Blumen riechst. Blumen. Ich rieche nur Frucht. Blumen, Blumen. Obst. Ich rieche Obst. Ich rieche, ich rieche, ich rieche Ananas und Passionsfrucht natürlich und auch Mango. Ich rieche Cherry, auch Kirsche genannt auf Deutsch. Wir müssen jetzt aufhören mit diesen Amerikanismen. Ich raste aus. Anglizismen, das ist doch kein Amerikanismen. Das stimmt. Wieso? Cherry? Ah, es ist ein schönes Bier. Es ist ein sehr schönes Bier. Ich kipp das jetzt ein. Ein sehr fluffiger, spudelnder Schaum mit feinen Bläschen. Bläschen. Und es ist ein bisschen trüber, aber auch sehr, sehr goldgelb. Und ich finde, es riecht fantastisch, fantastisch, fantastisch gut. Ich nehme jetzt einen großen Schluck. Ja. Das ist ja spannend. Okay. Ja, die Fruchtnoten kommen sehr, sehr hinten raus. Also es fängt an eigentlich wie ein, ja, der erste Schluck ist so ein ganz lässiges Pilz, helles und dann kommt da hinten raus so eine Frucht und Explosion. Also ich finde es sehr schön im Abgang. Also es ist wahnsinnig bitter. Es hat schon sehr viel Bitternis hinten auf der Zunge. Ich hätte gedacht, da Passionsfruchtsirup drin ist, dass es richtig süß ist, ist aber gar nicht süß. Es hat nur so eine ganz leichte Anleihe von Passionsfrucht, würde ich sagen. Und ich hätte jetzt eher, hätte es mir nicht gesagt, hätte ich gesagt, das sind einfach die reinen Hopfenfruchtnoten. Muss ich jetzt zugeben, hätte ich nicht geschnallt, dass da was reingegeben ist. Das stimmt, da hast du recht. Also das ist, die haben auch gesagt, dass sie sehr lange damit rumexperimentiert haben, wie man diese tropischen Fruchtaromen mit dem Bier verbindet. Also da ist sehr viel Zeit und Experimentieren mit Eingeflossen in diesen Gerstensaft. Also ich würde sagen, wer gerne Pale Ale trinkt und auch Bock hat auf diese fruchtigen Noten, der kann das ruhig machen, dass es jetzt nicht so ein, schmeckt jetzt nicht wie ein Bier-Mischgetränk oder irgendwas, wo Krassirup oder sowas drin ist. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist sehr, sehr gut abgestimmt, finde ich. Und ich finde, dass diese Bitterkeit und diese Passionsfrucht tatsächlich erstaunlicherweise sehr, sehr gut zusammenpassen. Also das steht in gar keinem Widerspruch. Nee, finde ich auch. Es hat eine gute Mitte auch. Also am Anfang ist dieses erfrischende, fruchtige Prickeln, da ist auch relativ viel Kohlensäure drin, finde ich. Also in meinem hier auf jeden Fall. Und bis es dann hinten so bitter abgeht, ist auch eine gute Mitte da. Also es ist auch vollmundig im Aroma. Was, wie viele, wie viele, wie viele Pselskorpsdrück, Passionsfruchte, Früchte, gibst du dem Ganzen? Ich glaube, ich gebe ihm acht von zehn, weil ich, ich finde das total gut. Ich finde es auch interessant mit dem Passionsfruchte. Ich finde, sie haben es gut eingebunden und haben es gut gemacht. Flasche schick, Poppels mag ich eh gerne. Und es ist aber nicht mein Lieblings-Pale-Ale. Mir hätte es auch ohne Sirup gereicht, sagen wir mal so. Schaum geboren. Schaum geboren. Ein Smalltalk. Zwei Lachsalven. Drei Ländereck. Im Dreiländereck ist der arme Böcklin umgekommen. Ach Gott, Lille. Also ich finde, aber dafür ist acht schon ein sehr guter Buch. Ja, sehr gut. Ich gebe ihm auch acht. Also ich finde, es ist ein tolles Bier. Ich liebe diese Flaschen, ich liebe das Design, ich liebe Schweden. Auch wenn ich jetzt das Management in dieser Corona-Krise überhaupt nicht gut heißen kann. Aber ich gebe ihm auch solide acht von zehn. Dieses Corona, ne? Ich guck schon, dieser Corona-Mist jetzt hier alles. Ja, ja. Wie war deine Corona-Zeit? Ja, du musst ja, ne? Also viel aufgepasst. Ne, also, ja. Also man muss ja irgendwie durch, ne? Also, ja, er muss durch, muss, 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 man muss einfach nach vorne schauen, nach vorne gehen. Ja, ja. Nicht hinter sich schauen, den, einen Weg einschlagen und dann da durch, durch, durch die Mitte, quasi ab durch die Mitte. Genau, 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 genau. Sag ich immer, ähm, sagen, sagen andere vielleicht. Also ich, ich sag immer, bevor ich zu den Verschwörungstheoretikern gehe, weil ich lieber, äh, 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 oder, also, ich weiß jetzt ja nicht, wie du dazu, äh. Naja, ich, ich hab, glaub ich, ich hab, glaub ich, jetzt auch mehrmals schon gesagt, in, äh, in, äh, in meinen, ja, das ist ja das Gefühl. Und dann muss, also ich meine, man muss ja auch einfach, also ich meine, wie gut wir jetzt diese Zeit rumgebracht haben, ich meine, das ist ja auch wirklich, also da muss man ja mal, das ist ja richtig, äh, das war ja wirklich, äh, also ich meine, wow, oder? Also wow, also wow, wow. Die Zeit, wie die Zeit vergeht, gell? Wie die Zeit vergeht, das ist echt krass. Zeit vergeht manchmal so schnell, da denkt man sich, man hat irgendwie gerade irgendwie sich erst gesehen und schwupps ist man schon wieder und dann, Zeit ist, ich hab, man hat viel zu wenig Zeit im Leben. Es geht die Zeit, es geht, die, manchmal auch so schnell groß. Ja, aber also im Wahnsinn werden die auf einmal groß. Wachsen, werden erwachsen. Plötzlich sind die erwachsen. Ja, ja. Man zwinkert einmal und schon ist schwuppdiwupp ist so ein Podcast auch mal vorbei und dann sagt man sich auf Wiedersehen und man sagt. Lass uns auf jeden Fall demnächst nochmal treffen und nochmal so eine Folge aufnehmen. Ich finde es auch. Also auf jeden Fall. Du hast doch meine Nummer, oder nicht? Ja, du bestimmt, bestimmt. Rufst du mich an oder ruf ich dich? Nee, also ich habe bestimmt deine Nummer, wenn nicht, dann du. Also wir finden uns ja auch, ne, auf Instagram oder wir finden uns. Finde ich gut. Cool. Also dann halt die Rohn steif, ne? Jo, jo, du auch. Tschüss, mach's gut und grüß, grüß schön. Grüß schön zu Hause. Ciao, 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 ciao. Wieder was gelernt. Erstens. Im alten Ägypten gab es nicht nur eine Biergöttin, sondern es gab auch eine Hieroglyphe für Bier. Und die Hieroglyphe für Mahlzeit zum Beispiel setzte sich aus den Symbolen für Bier und Brot zusammen. Und zweitens. Der Ausdruck Smalltalk geht zurück zu einem 1583 veröffentlichten Buch. Das Buch der Märtyrer von John Fox, wo es um die Verfolgung von Protestanten durch Katholiken geht. Und in diesem Buch steht geschrieben auf natürlich Englisch. Shortly after he was brought to the Chancellor of Norwich, whose name was Dunning, who after a few words and Smalltalk passed with his... Den Rest lese ich nicht mehr vor, ist mir zu doof. Aber da steht Smalltalk zum ersten Mal drin in einem Buch. Man könnte meinen, dass du besser Englisch kannst, weil hast du nicht mehr in Amerika gelebt? Ich hab... Nee, ich... Ja. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Aber das ist jetzt... Mir ist peinlich, weil jetzt mein Englisch so schlecht ist jetzt. Und drittens. Servicium Bibat heißt, man trinke Bier. Und ich möchte mich mit den wunderbaren Worten verabschieden. Mann und Frau trinken Bier gleichberechtigt in dieser wunderbaren Welt, in der wir alle verbunden sind. Adios. Und ich möchte mich mit den wunderbaren Worten verabschieden.